Herzlich willkommen zu den digitalen TU Nights. Ich bin Billy Ray Schlag. Ich bin Dave, hi. Und wir haben hier heute ein bisschen Müll aus meiner eigenen Bude mitgebracht. Man kommt ja Gott sei Dank in Zeiten von Corona als Musiker nirgendwo mehr hin und müllt sich zu Hause zu. So, wir haben dafür eine Gießkanne. Da werden wir nachher ein Saxophon-Mundstück ran machen. Das klingt dann ungefähr so. Und so weiter. Ihr werdet es später hören. Das ist relativ schwierig zu spielen. Da habe ich lange für geübt. Und ansonsten haben wir hier ein bisschen einfach altes Zeug. Ich meine, die Gitarre ist ziemlich alt. Die haben wir auf dem Schrottplatz gefunden. Und das Ding. Hier, zeig mal dein Keyboard da. Ja, ja, ja. Bestes. Genau. Sehr gutes Teil. Und ihr werdet schon hören, dass das alles ein bisschen verstimmt. Weil, ja, so altes Zeug lässt sich nicht richtig stimmen. Dave ist auch nicht mehr der Jüngste übrigens. Aber ansonsten ist der noch ganz fresh. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, wir legen jetzt los. Dave, bist du soweit? Jo. Alles schön verstimmt? Gut. Gut. Let's go. Jetzt hieß es noch zuvor, ne? Okay, ja. Und los geht's. Ah, haltet. All right. Nochmal. Yes. Okay. Das ist, das ist, das ist. Das ist, das ist, das ist, das ist. Alles ist, das ist. Holy crap, holy crap. Holy crap, holy crap. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.